Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 451. Mein Name ist René, außerdem heute Mittag bei der Reisebär Marvin. Hallo, Grüße an dieser Stelle. Sehr schöne Grüße. Und die Nicht-Reisebärin Patricia. Hallo. Warum Reisebär? Dazu gleich mehr, wenn wir über Antwerpen sprechen. Der eine oder andere wird sich jetzt schon denken, oder die eine oder andere wird sich jetzt schon denken, warum. Natürlich starten wir ganz klassisch mit ein bisschen Housekeeping. Und ich bitte jetzt an dieser Stelle vielmals um Verzeihung. Ich habe es nicht geschafft, Namen rauszusuchen, weil ich einfach gerade total landunter bin mit allem möglichen Zeug. Ich bedanke mich aber stellvertretend viel, vielmals bei allen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Wir sind nach wie vor zu fast 99% Fan unterstützt oder finanziert und finden das ganz großartig. Und ja, ich freue mich jedes Mal wieder. Und wenn ihr da draußen auch wissen wollt, wie ihr uns hier unterstützen könnt, damit wir jede Woche oder fast jede Woche erneut über die Eintracht reden und vielleicht auch noch über andere Dinge, dann schaut mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Und dann findet ihr dort alle Infos. So, und jetzt kommen wir zur Reisegruppe von letzter Woche. Die Eintracht reiste nach Antwerpen, um Punkte für die Euroleague einzufahren. Und es reisten einige Eintracht-Fans mit. Und Marvin, du warst einer davon. Jetzt sag doch mal, wie ist das so nach anderthalb Jahren ohne fremde Stadien? Wie war so dein Gesamterlebnis? Ganz ehrlich, das ist schon interessant. Also es ist schon ein spezielles Gefühl, wieder zu einer Auswärtsfahrt fahren zu können. Dann natürlich der große Vorteil, dass das eine Strecke ist, die man wunderbar mit dem Auto bewältigen konnte. Wir haben früh gesagt, okay, der Lossi Express, also der Bus von Christian Lossner fährt, beziehungsweise ehrlich, er fährt ja leider noch nicht total autonom. Also das heißt, Lossner muss dann noch selber fahren. Aber das ist super. Der hat ja einen schönen Familienwagen, da haben genügend Leute Platz. Und dann sind wir dementsprechend gestartet. Das war schon mal gut. Wer war denn für die Bordmusik zuständig? Oh, für die Bordmusik waren viele unterschiedliche Leute tatsächlich zuständig. Also hinzugs war es noch so ein bisschen partygetriebener. Aber wir haben auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel gebabbelt und auch dummes Zeug gebabbelt. Also insofern, das war Hintergrundmusik. Aber ich glaube, Basti war auch einer der Protagonisten. Aber erst war es Lossi. Bei Lossi war es dann tatsächlich auch sehr viel Popmusik, die uns dazu gebracht hat, ihn auch zu bitten, weiterzuschalten. Aber bevor es jetzt zugleich nicht teilt wird, um zu deiner Frage zu kommen, es ist einfach schön, wieder in andere Städte zu fahren, andere europäische Städte, Europa mal wieder ein bisschen zu erleben, zu fühlen. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, den man gar nicht vernachlässigen darf, dass zu europäischen Spielen auch immer ein bisschen dieses Gefühl gehört, irgendwo hinzufahren. In Belgien, da weißt du gleich, super, kriegst du auf jeden Fall nachher nochmal ein gutes Bier, dann kriegst du auf jeden Fall eine ordentliche Pommes und so weiter und so fort. Einfach ein gutes Gefühl. Und das war der eigentliche Plan. Aber auf der Fahrt haben wir dann ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass es ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, unterhaltungsgetriebene Eintracht-Hooligans gab, die dann zwischenzeitlich in den Verben sich nicht ganz so viel haben sagen lassen. Und das sollte sich ja dann in ähnlicher Art und Weise dann auf andere Weise dann auch auswirken für die anderen Eintracht-Fans. Das heißt wie? Und zwar genau so, dass man halt, ja, dann zugegen war. Also es war eigentlich erstmal alles relativ unproblematisch. Ich glaube, der Ablauf war, also die Belgier sind da ja schon relativ strikt. Ich weiß von vielen Fans und auch die uns jetzt auch zuhören, dass die ja dann mit einem Bus erstmal direkt zum Stadion gebracht wurden. Wir hatten andere Tickets. Insofern war das dann möglich, dass wir ein bisschen mehr oder ein bisschen länger bleiben konnten. Haben wir dann noch schönen Mittag gegessen und dann ging es dann los. Wir sind mit dem Taxi hingefahren und dort war eigentlich erstmal alles relaxed. Wir waren in einer neutralen Area und uns war schon klar, dass wir jetzt nicht hier keine lauten Jubelstürme machen dürfen. Aber überhaupt erstmal wieder im Stadion zu sein. Überhaupt erstmal dieses Gefühl wieder zu haben, man riecht Gras. Abgesehen davon, dass ich immer das Gefühl hatte, dass Stinkbomben gezündet wurden, weil es auch immer ganz schön nach Schalen, nach Eiern gerochen hat, nach faulen Eiern. Das war dann nicht ganz so geil, aber vielleicht hat es andere Gründe gehabt. Aber trotzdem, endlich mal wieder im Stadion zu sein und du hörst eine laute Crowd, du hörst laute Fans von Royal Antwerpen. Und hast schon gemerkt, okay, die sind heute auf jeden Fall motiviert, gerade nach dem, was halt mittags passiert war. Und im Spiel selbst, muss ich sagen, war die Atmosphäre schon feurig. Und das hat man, glaube ich, würde ich auch sagen, Patricia hat man schon auch in der Fernsehübertragung gesehen. Ja, hat man mitbekommen. Also man hat ja, wie du schon erzählt hast, auch die ganze Vorgeschichte und alles, was sonst noch so um das Spiel herum passiert ist, mitbekommen. Also jetzt nicht am Fernsehbildschirm und nicht während des Spiels, aber man hat das ja schon gelesen, gehört, wie auch immer. Und das hat sich aber auch, finde ich, wieder gespiegelt dann in der Stimmung im Stadion. Also man hat das schon so auch vor den Fernsehgeräten mitbekommen können, finde ich. Ja, und das war wirklich echt ordentliche Stimmung, ging heftig rund. Auch die Eintracht-Fans haben sich redlich bemüht, die ja, das waren ja, würde ich mal sagen, einfach eher mal normale, normale Anführungsströme. Aber jetzt nicht so komplett die harten Hunde, die dann irgendwie mittags halt das Stadion zerlegt haben. Die waren natürlich nicht, äh, nicht Stadion, die diese Bader zerlegt haben, ja. Die waren natürlich nicht dann im Stadion, sondern das waren halt die ganz normalen Fans. Also das ist halt so ein bisschen die Problematik, die dann dadurch entstand, dass die Eintracht ja spät das Siegtor, aber wir werden ja gleich noch inhaltlich über das Spiel sprechen, ähm, geschossen haben. Und dann ging es natürlich rund. Da waren dann die, ähm, Antwerpener irgendwann ziemlich ungehalten, nachdem, das ist auch so ein Ding, das müssen wir dann gleich auch nochmal besprechen, ja schon Kevin Trapp, äh, so ein Feuerchen abbekommen hat, was man auch nicht unterschätzen darf. Ja, und nach, ähm, in der 90. Also Nachspielzeit, dann mit dem Elfmeter ging es dann rund. Ja, und dann mussten wir relativ schnell verschwinden, nachdem wir eigentlich gedacht haben, na, wir haben echt leise gejubelt und gedacht, okay, sieht man übrigens auch, es gibt ein paar Videos, wo man uns sieht, wie wir da so ein bisschen echt leise jubeln, aber dann irgendwann siehst du den Rollator, der dann halt runter, äh, runterprasselt und der prasselt genau auf den Kollegen von uns. Und da war es dann halt nicht mehr so lustig, weil du dann schon gemerkt hast, okay, da ist ja eine aggressive Stimmung, vorher ging es irgendwie schon rund. Was aber schade war, denn eigentlich total unnötig, denn wir haben zwischenzeitlich uns noch mit den Belgiern, äh, die neben uns waren, angefreundet, die haben eine Runde Bier geholt, wir haben eine Runde Bier geholt, eine richtig relaxte Atmosphäre, ein bisschen dummes Zeug gebabbelt und dann, die waren, da muss man auch mal sagen, die Jungs neben uns, die waren auch echt cool, die haben dann gesagt, hier, jetzt bleibt ruhig, ne, macht nichts, überhaupt nicht auf die Provokationen reagieren, weil dann schon so ein paar Leute dann halt ankamen, ne, wo du gesagt hast, hier, komm, ähm, bleibt ruhig und das war ganz gut, aber dann irgendwann haben auch die Belgier uns gesagt, hier, liebe Leute, jetzt müsst ihr aber mal schnell weg, ne, und ja, dann, äh, dann, das war dann nach diesem, äh, komischen Rollatorwurf, der von irgendwie irgendwo runterkam und dann einen Kollegen von uns am Rücken getroffen hat, nicht ganz so schlimm, ein paar blaue Flecken, aber es ist nicht schlimme, ja, aber dann ging es los und dann mussten wir uns dann trennen, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir dann nicht gemeinsam dann wieder zurückfahren konnten und wir dann zwischenzeitlich auf ein paar Leute gewartet haben, die aber auch, ich sag mal, noch nicht mal mit einem blauen Auge, der eine hat so ein bisschen was abbekommen, aber, ähm, ja, rausgekommen sind, trotzdem Szenen, die wir, äh, so jetzt nicht zwingend erwartet hätten, da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wir hatten ja eigentlich gedacht, naja, einfach ein schönes Spiel mal wieder sehen, wir waren auch sehr zivil, hatten natürlich einen kleinen Eintrachtsschall, den haben wir dann aber auch relativ schnell eingesteckt, äh, eingesteckt, aber das war mal wieder ein, äh, besonderes Erlebnis, um es mal so zu sagen. Ja, trotzdem halt unnötig, dass das dann, äh, solche Themen dann da auch noch irgendwie mit begleitet, aber, ja, gut. Es ist, es ist von beiden Seiten natürlich auch, sag ich mal, unnötig, ich weiß, man muss auch, also, es gibt auch, glaube ich, keine rational sinnvolle Begründung, die irgendwie sagt, ja, na gut, also, die Bar, die kann man dann zuhauen, nein, das ist Bullshit, halt auf mit so einer Scheiße, was da ist, ne, das braucht man nicht und dann ist ja ganz klar, dass, äh, ein paar Gewaltbereitere, oder auch, ja, aufgeputschte Antwerpen-Fans dann, ähm, sich irgendwie Ärger machen, gerade wenn sie das Ding dann auch verlieren, ähm, dass es dann halt gegen normale Fans, sag ich mal, gerichtet ist, oder, ich meine, bei uns, whatever, ich meine, wir gehen auch regelmäßig ins Stadion, das ist nochmal was anderes, aber da waren halt auch einfach echt ältere Leute und da, ich hab hinter mir, glaube ich, die halbe Family, äh, von Amami Touré gesehen und wenn die dann irgendwie eingeschüchtert werden, weil die ein Eintracht-Trikot anhaben, dann ist das halt auch nicht geil. Also, das hab ich nicht gesehen, dass sie dir eingeschüchtert wurden, vielleicht sind die auch früher raus, aber das war genau der Block und das ist halt, das macht doch keinen Spaß, also, ich meine, wenn da Kids unterwegs sind, dann halt doch mal so, halt doch mal deinen Rand, wenn du gewaltbereit bist, dann triff dich halt irgendwie nah am Stadion und hab irgendwie, mach da irgendwas aus, aber das muss ja nicht im Stadion ausgetragen werden und auch ein Bekannter von uns, ne, eigentlich ein Bekannter in dem Moment, weil wir uns vorher mit ihm unterhalten haben, aber den hatten wir jetzt nicht persönlich über den Eintracht fern, der hat richtig ordentlich einen auf die Nuss bekommen, also, der hat dann irgendwie auch aus der Nase geblutet, beziehungsweise sogar aus dem Mund, also, da siehst du, da ist es von beiden Seiten dann auch hochgekocht, das hab ich gar nicht so genau dann wahrgenommen, weil in dem Moment bist du ehrlich gesagt ein bisschen wie so, nicht ein Trance, das ist jetzt falscher Ausdruck, aber du bist so ein bisschen, okay, was passiert hier, ne, und ich hab dann irgendwann nur so, hey, stopp, stopp, so, was chillt, was ist hier los, wir machen ja gar nichts, ne, halt die Bälle flach so, und dann siehst du aber gerade so kleine, die kleinen Zwockel, war so ein 1,60 Meter Typ, keine Ahnung, wo du denkst, was hast du denn für Komplexe jetzt, chill doch einfach mal, ja, irgendwie so total wütende, der dann auch einem Kollegen dann einfach den Schal runtergerissen hat, wo du denkst, Alter, was ist denn jetzt hier los, chill doch, was ist denn los, aber das ist dann, gibt dann echt so ein paar, die dann so schon ein bisschen Stress dann suchen, aber gut, wie gesagt, ist alles glimpflich ausgegangen, aber es war ein in vielerlei Hinsicht besonderes Ereignis. Ja, das glaube ich. Ja, schade, dass ihr dann da so einen Stress, sag ich jetzt mal, in der, in dem Thema hattet, aber immerhin hat ja, und dann gucken wir vielleicht mal auf das Fußballerische, das Spiel wenigstens in Auszügen so ein bisschen darüber weg helfen können, die Eintracht dann doch auch tatsächlich, wie wir es ja vorhergesagt haben oder so ein bisschen auch, ja, vermutet erwartet hatten, muss das System ja umstellen, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Durm fällt aus, ein dicker Feld aus und dementsprechend die Eintracht dann in der Startelf mit einer, mit einer Dreierkette, mit einigen Spielern, die wieder zurückkehren, unter anderem Hasebe, der wieder in die Startelf zurückrückt und in der Mitte der Abwehr für Stabilität sucht und auch von Beginn an wieder auf dem Feld Almami Touré. Tatsächlich auch nach längerer Pause wieder mit dabei und ich muss schon sagen, also ich fand das eine ganz gute, eine ganz gute Herangehensweise an das Spiel oder wie war so dein Eindruck, Patricia? Nee, ich fand es auch gut, also vor allem jetzt mit der Personalsituation, dass man da nicht starr an der Viererkette festhält, sondern sagt, okay, pass auf, das Personal gibt hier halt auch einfach eine Dreierkette her. Auch mit Hasebe, der, finde ich, gut für Stabilität gesorgt hat, also der hat ein gutes Spiel gemacht. Sehr schade, dass er sich dann in diesem Spiel eben auch wieder verletzt hat, beziehungsweise hatte Krämpfe, glaube ich, und das war dann aber so, dass er ja dann auch im Folgespiel ausgefallen ist. Aber auch für Touré hat es mich gefreut, dass er wieder auf dem Platz steht nach langer Verletzung und der hat ja dann auch direkt in der Dreierkette den Innenverteidiger gemacht. Ja, fand ich alles in allem sehr gelungen und war ja auch eine relativ stabile Defensive. Also Antwerpen kam da jetzt nicht wirklich durch. Man muss sagen, die Eintracht war selbst auch ziemlich ungefährlich, aber ich glaube, zur Offensive kommen wir dann nochmal. Aber defensiv, finde ich, gab es da wenig zu meckern. Ja, Abraum wollte ich schon sagen. Den haben wir leider nicht mehr. Hasebe hat nach dem Spiel gesagt, er hätte irgendwann Krämpfe gehabt und dann kam der nächste Satz, ich glaube, ich werde alt. Also wenn er mit dieser Leistung alt wird, ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen das Problem, was du ja jetzt aktuell hast, dass ein Spieler einfach doch leider älter wird. Aber wenn er, und das haben wir ja auch gesehen, klar, der beste Mann auf dem Platz war in der Defensive, musst du schon sagen, werd ruhig alt, aber werd mit uns auf dem Platz alt. Ich meine, dass er jetzt gegen die Bayern nicht gespielt hat, kommen wir dazu dann auch noch. Aber er hat sich für mich schon wieder brutal in diese Mannschaft reingespielt und muss dauerhaft jetzt eine Option sein. Diese Übersicht und die interessante Art und Weise, wie auch er gleich Regie übernommen hat. Also er war zentrale Anspielperson für einen Trapp, der auch gefühlt dadurch mehr Sicherheit hatte. Die ganzen Bälle, die dann zurückgingen, wo ja vieles, vieles nicht geklappt hat. Nur mal als Beispiel, wo wir gesehen haben, Russitsch, der ja überhaupt einen sehr, sehr schlechten Tag hatte gegen Antwerpen. Also auch da, der hat immer versucht, dann den Ball wenigstens wieder zurückzuspielen, dass er dann mal einen kleinen Erfolg hat. Auch für Jakic war ein Hasebe sehr wichtig. Solche Sachen, also du hast gemerkt, er ist die zentrale Anspielstation, sorgt für Sicherheit, um da einen Aufbau, der sehr mangelhaft war, über den werden wir ja gleich auch noch sprechen, ab dem Mittelfeld dann irgendwie zu initiieren. Also wirklich komplett einer der wichtigsten Spieler. Du hast es eben auch noch angesprochen. Touré hat mir in dieser Position auch ganz ordentlich gefallen. Das sind so, sag ich mal, so die positiven Sachen, die ich da rausziehe, fernab des Tors, über das wir dann gleich nochmal sprechen wahrscheinlich. Ja. Ja. Also Defensive war, glaube ich, schon so der, wenn wir mal so in die einzelnen Mannschaftsteile gucken, für mich der Mannschaftsteil, der neben dem Torwart am meisten positive Punkte bei mir hinterlassen hat in dem Spiel. Gut, Jakic würde ich jetzt noch so ein bisschen zur Defensivabteilung mit dazuzählen. Der frisst ja einfach alles da hinten weg. Nach wie vor auch sehr begeistert von dem als Spieler. Und umso mehr wir nach vorne gekommen sind, umso schwieriger wurde es. Wir haben in diesem Spiel erneut gezeigt, wie schlecht unsere Offensivausbeute ist mit nicht zu Ende gespielten Angriffen, mit verstolperten Bällen, mit irgendwie Sicherheitspässen zurück, weil man sich nicht traut, irgendwie dann auch mal zu schießen. Also da war viel unstrukturiert, meiner Meinung nach. Oder bin ich da zu kritisch mit Patricia? Du hattest es ja gerade schon mal kurz angedeutet. Nee, genau. Es ist ja das altbekannte Problem mittlerweile. Es haben ja jetzt auch Lammers und Boree zusammen vorne gespielt. Aber auch das, was soll man sagen, wenn die Bälle überhaupt gar nicht so weit kommen, beziehungsweise irgendwie vorher schon der letzte Pass fehlt, dann kann man auch nicht wirklich sehen, wie das jetzt funktioniert vorne. Also es ist schwierig. Und ich finde auch, Lammers war auch gegen Antwerpen ziemlich unglücklich wieder, obwohl er ja gegen Wolfsburg und auch Finna Batsche getroffen hatte. Und man sich dachte so, okay, gut, nach dem unglücklichen Stuttgart-Spiel hat er doch schnell reingefunden. Aber das war jetzt, ja, ich finde, das sind oft noch so relativ unglückliche Situationen, wo man sich dann auch ärgert. Und er ärgert sich ja selbst, das sieht man ja auch. Aber vorne stimmt halt einiges noch nicht. Und es greift alles noch nicht so richtig. Und es ist halt ärgerlich, weil einem da viel verloren geht. Weil bis dato funktioniert das ja oft auch ganz gut. Also überhaupt der Spielaufbau an sich, ja, es gibt viele, also nicht viele, aber je nach Partie öfter auch mal ein paar Ballverluste im Spielaufbau. Aber ich finde, bis zum letzten Drittel geht es eigentlich. Und ab dann ist es irgendwie so, die Entscheidungsfindung nicht so ganz, wie sie sein sollte. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Spieler da so ein bisschen unsicher sind noch in ihren Aktionen. Ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben gesehen, dass der ganze Aufbau sehr, ja, unbeholfen gewirkt hat. Da war natürlich, muss man aber auch sagen, wurde ja komplett wieder viel durchgemischt. Und gerade diese Struktur, die kann natürlich nur schwierig entstehen, wenn du wieder viele Neuerungen da drin hast. Aber es war halt so, Jakic hat mir gut gefallen, der hat viel probiert, auch in Sohn natürlich eine gewisse Stabilität. Aber ehrlich gesagt, auch wenn er jetzt keinen schlechten Tag hatte, aber dass wir mit einem Chandler auf der Rechtsaußenposition spielen, ist ehrlich gesagt im Jahr 2021 vielleicht auch nicht die Königslösung. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was man eigentlich im Sommer gemacht hat, dass er jetzt die Nummer eins auf dieser Position ist. Also da bin ich ganz hart. Und das tut mir leid. Aber wenn du auf der anderen Seite den Kostic stehen hast, dann kann eigentlich die Rechtsaußenlösung nicht unbedingt Chandler lauten. Er hat das ordentlich gemacht. Aber das ist im Endeffekt trotzdem zu wenig. Und das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Hier hat Antwerpen nicht wirklich viel angeboten. Die waren selber schwach. Da habe ich echt gedacht, bei Eggestein, der potenziell ja ein echt guter Fußball ist, der es irgendwie nicht so hundertprozentig auf die Kette bekommt, hat ja in Österreich ordentlich gescored, aber ist trotzdem ein Spieler mit viel Potenzial. Aron Fischer, Nagoulin, wissen wir alle. Das sind alles potenziell gute Spiele. Aber die haben auch, das war kein gutes Spiel von Antwerpen. Und da denkst du eigentlich, du musst hier mehr machen. Und natürlich ist es schön, dass du mit Borea und Lammers zwei Stürme hattest. Aber die Zulieferung hat nicht gestimmt. Und auch sie waren unglücklich. Lammers war erneut unglücklich. Auch ein Kamada, der dann in der Halbzeit eingewechselt wurde, konnte ebenfalls keine positiven Akzente setzen. Das ist einfach ungenügend. Ich war dann tatsächlich froh, dass ich gesehen habe, mit Bassenza, der viel zu spät kam, allein kam es viel zu spät, wenn du dir überlegst, dass ein Lindström früher kam und ein Lammers rausging und du eigentlich keinen richtigen Stürmer mehr da kamst. Wollte ich gerade sagen, also wenn du halt einfach guckst, dass da 14, 15 Minuten Unterschied dazwischen sind und du hast mit einem Borea, der ja dann auch irgendwie viel eher so als offensiver Mittelfeldspieler da unterwegs ist, dann hast du nachher dann mit einem Lindström, einem Kamada und einem Borea eher so auf der Zehnerposition gespielt. Und davor war halt einfach nichts. Also das habe ich halt auch nicht wirklich verstanden an der Stelle. Also war ein bisschen merkwürdig. Aber am Ende können wir ja froh sein, dass Paciencia ja drin war. Ja. Lindström läuft von rechts in den 16-Meter-Raum des Gegners ein, wird gefoult und nimmt das Foul natürlich auch an. Wäre ja auch blöd gewesen, wenn er es an der Stelle nicht getan hat. Und Paciencia tritt zum Elfmeter an und verwandelt das Ding. Also du hast eben so richtig angesehen, was da für eine Last von ihm gefallen ist, dieses Tor an dieser Stelle zu machen. Also das war huiuiui. Es war enorm wichtig. Und ich muss sagen, ich habe mich auch sehr für ihn gefreut. Ich bin ja dann direkt auch, also ich habe das Tor noch mitbekommen und dann ging es dann schon relativ schnell los. Aber ich habe mir das im Replay nochmal angeschaut und war dann schon sehr froh. Da ist ihm auch ein Stein vom Herzen gefallen. Patrizia, ich würde auch sagen, im Endeffekt ist es so, wir müssen jetzt sehen, dass Paciencia jetzt weiterhin in dieser Mannschaft integriert wird und eine ernsthafte Option wird, oder? Ja, zumal man ja ohnehin wenig Optionen hat, was das Sturmzentrum betrifft. Das ist leider richtig, ja. Auch da, man muss halt sagen, da kann ja auch mal jemand ausfallen oder halt überhaupt nicht reinfinden, einfach vielleicht auch außer Form sein. Und sollte Paciencia jetzt so zurückfinden in seine Form, er ist ja jetzt nicht so schlecht, wie ihn viele auch schon geredet haben. Also natürlich ist er aus Schalke zurückgekommen und war wahrscheinlich ganz unten, so was die Karriere angeht. Verständlich, aber ich habe auch das Gefühl, das ist einer, der sich reinkämpfen will. Wahrscheinlich ist es einfach nicht der beste Stürmer der Welt, aber dennoch kann er helfen und das sieht man auch. Also er ist, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht motiviert ist und dass er nicht will. Und das finde ich schon wichtig, einfach, dass man jemanden hat, der will und sich reinschmeißt einfach. Und man hat es ja auch gesehen, der ist ja auch sehr selbstbewusst da angetreten, trotz aller Widrigkeiten, die er zuvor hatte. Also er hat sich einen Ball geschnappt und gesagt, nee, ich mache den jetzt rein und hat getroffen und damit ja auch bewiesen, hey, ich bin auch noch da und ich bin eine Option und das fand ich gut. Ja, nun brauchst du ja noch nicht mal irgendwie eine Verletzung oder sonst irgendwas, wenn du jetzt allein schon wieder guckst, was am Ende dieser Länderspielpause ist, nämlich, dass ein Bourree irgendwann Donnerstagabend spät in, ich glaube, Argentinien ist es. Der noch ein Länderspiel bestreitet und dementsprechend Samstag nicht auf dem Platz stehen kann, da hast du halt schon ein Problem mit. Genau, das gehört alles dazu zu diesem Gesamtproblem oder dieser Gesamtsituation, aber es ist ja auch, wir müssen das als etwas Positives begreifen und das Positive ist, dass er sich selbst zu einem, ja, wie soll ich sagen, zumindest einem guten Ersatz gemausert hat und wir müssen ihn da jetzt mitnehmen. Ja. Es geht keinen Weg dran vorbei. Du hast diese Chance, du hast die Möglichkeit, mit Paciencia jemanden, der auch selber den Willen hat, jetzt irgendwie wieder Fuß zu fassen und den musst du jetzt mitnehmen und musst ihn integrieren und dann wird das auch was und dann hast du genau diese Problematik, dass ein Bourree jetzt lange weg ist, dass das eine ganze Weile dauert und das ist ja auch so, ist das so Reisestrapazen, wenn der jetzt am Donnerstag sein letztes Spiel dann hat. das geht ja nicht spurlos an Menschen vorüber und dann ist es gut, wenn du mit Paciencia jemanden hast und sagen kannst, okay, und der kann mal der Backup sein und ich glaube, das hilft ihm auch und wenn wir es irgendwie schaffen, ihn wieder zu einer alten Qualität hochzuhieven, dann wäre das sehr, sehr viel gewonnen. So. Am Ende gewinnt die Eintracht das Spiel 1-0 und nimmt Punkte mit und dann war noch diese Aktion mit diesem Böller auf dem Feld, die ich maximal, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass dieses ganze Thema mit zwischen den Fans unnötig ist, aber das finde ich gleich doppelt unnötig, also wir haben ja diese Diskussion schon des Öfteren irgendwie mal geführt mit dem Thema Pyro und Gedöns im Stadion, wo wir ja auch immer gesagt haben, naja, solange es im Block ist und irgendwie der Stimmung dient, ja, aber in dem Moment, wo es die Hand verlässt, das darf nicht sein und dann auch noch gerade aufs Feld und dann können wir halt echt froh sein, dass da nicht mehr passiert ist, weil dieses Ding kommt ja irgendwie dann da auf dem Rasen auf und er läuft halt genau rückwärts drüber und dann geht dieser Böller da hoch, dass da halt nicht irgendwie mehr passiert ist, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, es ist zumindest bei den Kollegen von TV Now auch wieder kurzzeitig da hochgeschlichtlicht worden, als wenn da jetzt irgendwie der 85. Weltkrieg ausbricht. Es ist scheiße, aber man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren. Wie war das denn so im Stadion in der Situation, Marvin? Oh, das geht schon heiß her. Also du hast dann schon deutlich gemerkt, dass jetzt plötzlich auch schon ein bisschen die Emotionen überkochen und bei allem Respekt, was du gesagt hast, ich finde, wir sind da ja, ich würde mal sagen eher, wir sind moderat auf jeden Fall und sind da keine Hardliner, aber wo es dann wirklich halt aufhört, wo es problematisch wird, ist dann die Tatsache, wenn das einfach die Hand verlässt und wenn es potenziell andere Leute gefährdet. Und das ist halt genau da der Fall gewesen und ich finde, ehrlich gesagt, dass sich ein Kevin Drab da wunderbar verhalten hat. Das hätte auch ganz anders, er hätte auch viel mehr daraus machen können. Man hat nicht, überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, hier überhaupt einen Abbruch zu forcieren, denn da muss man ganz klar sagen, es gibt Mannschaften, die sagen, wisst ihr was, das ist hier unsafe working environment, da mache ich nicht weiter, wir lassen uns die drei Punkte am gelben, am grünen Tisch geben. Es gibt Mannschaften, frag mal die Bayern, ob die das noch gemacht haben. Ich glaube nicht, die hätten gesagt, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie die 70. Minute, darauf haben wir keinen Bock, wir nehmen die drei Punkte einfach so mit. Hättest du ja machen können. Und die Eintracht hat es halt nicht gemacht und Kevin Drab ist dann wieder hin und man muss auch überlegen, die Psychologie, spielt da vielleicht dem einen oder anderen Spieler vielleicht sogar einen Streich, wenn man denkt, das läuft alles so und ich hoffe, ich bin ziemlich sicher, wir haben ja das Spiel danach von Kevin Drab gesehen, dass sich das nicht festsetzt, aber es ist schon so, dass du sagst, okay, sowas kann immer mal passieren und es ist uncool und das ist einfach, das geht einfach nicht. Ich bin trotzdem sehr stolz, auch die Frankfurter Eintracht, die dann gesagt haben, wir machen weiter und wir akzeptieren das halt einfach nicht und das ist ein starker Move und das steht für mich sogar im Vordergrund im Vergleich zu den Missetaten der Antwerpener Fans. Ja. Ja, also maximal unnötig und ich hoffe einfach, dass da, dass man das dann als Anlass nimmt, da jetzt nochmal vielleicht ein bisschen reflektierter in der einen oder anderen Situation drüber nachzudenken und auch, wie du schon sagst, gut reagiert von Trapp, aber auch von der Mannschaft und auch vom Schiedsrichter, weil ich glaube, die haben auch so ein bisschen gemerkt, also zumindestens hatte ich so das Gefühl, dass jetzt ein potenzieller Spielabbruch nicht dazu führt, dass jetzt hier weniger Stimmung im Stadion herrscht. Das ist ein guter Punkt, ja, das hätte ja natürlich dann noch weiter eskalierende Wirkungen haben können, das kann ich so schlecht beurteilen, aber im Stadion war es dann wirklich schon ordentlich ruppig, also umso besser, dass das nicht passiert ist. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, aber für die Eintracht, ich sage mal so, wenn wir jetzt, wenn wir einen Strich drunter ziehen, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt alles heftig gelaufen, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir einen Sieg geholt haben, denn das heißt eigentlich schon so gut, wie, dass wir nicht Letzter werden und die Tatsache, dass wir nicht Letzter werden, was jetzt noch nicht fix ist, aber was auf jeden Fall in die Richtung geht, heißt gleichzeitig auch, dass wir zumindest, wenn wir dann Dritter werden würden, dann in der Conference League überwintern, das heißt, wir würden auch weiter in Europa unterwegs sein und wenn wir jetzt noch mehr Dreier holen, dann auch weiter in der Euro League, also da ist jetzt viel möglich, aber das ist ja schon mal eine gewisse Absicherung, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Ja, und vor allem, weil Fenerbahce ja verloren hat gegen Pireus auch noch und man ja selbst gegen Fenerbahce unentschieden gespielt hat, das ist ja so ein Punktgleichheit gewesen und so konnte man da jetzt so ein bisschen Abstand zugewinnen, also man ist jetzt drei Punkte vor Fenerbahce und zwei hinter Pireus, das sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus. Ja, das ist korrekt. Hilf mir nochmal auf die Sprünge, habe ich das richtig verstanden, dass die Gruppenersten die Zwischenrunde, das 16. Finale oder diese Playoffrunde, die dazwischen ist, die überspringen die dann, ne? Der Gruppenerste geht direkt in das Achtelfinale und der Gruppenzweite muss ja nochmal irgendwie diese K.O.-Runde, diese Zwischenrunde spielen. Ja, also die Gruppensieger sind direkt im Achtelfinale. Genau, okay, gut. Und die Gruppenzweiten und Gruppendritten spielen dann diese Playoffs erstmal noch aus. Ach, die spielen die Playoffs. Okay, ich dachte, nur die Gruppenzweiten irgendwie, weil dann rutschen da nicht ja noch welche von der Champions League runter. Wer hat sich denn eigentlich diesen Modus mit diesen ganzen komischen Pokaldingern, die keiner mehr durchblickt, ausgedacht? Die waren doch alle besoffen, als sie sich das überlegt haben. Ist richtig. Aber da passiert auch noch was in Sachen Sortierung. Also ich glaube, nicht der Letzte, sondern der Dritte oder so kommt irgendwie von den Champions League-Gruppen auch noch runter. Aber die Sache ist natürlich... Nach meinem Verständnis spielen die quasi diese Playoff-Runde und der Gruppendritte rutscht direkt runter in die Konferenzleague. Ja, genau. Dann spielt die Gruppenzweiten gegen die Champions League-Gruppendritten, die Playoffs. Ah, okay, so rum. Ist das... Die werden gemischt und die anderen, die Gruppendritten, spielen gegen die Conference League-Zweiten oder was auch immer. Ja. Och. Also es ist auch maximal undurchsichtig, ey. Ja, ist undurchsichtig, aber wie gesagt, solange wir in Europa überwinteren, ist das eine gute Sache. Wir haben jetzt erst mal wieder europäisches Gras gerochen, was wunderbar ist und viele Leute, glaube ich, erfreut hat. Es war cool. Es war auch schön, mal wieder ein paar Fans zu sehen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ich finde es immer wunderbar, auch mit ein paar Leuten in Kontakt zu treten. Was wir ja dann abends gemacht haben, war, dass wir dann in eine Bar dann gegangen sind, direkt am Hotel. Weil, muss man auch sagen, wir haben dann gedacht, okay, jetzt großartig, jetzt noch Antwerpen zu besuchen beziehungsweise jetzt noch in die Innenstadt richtig reinzugehen und andere Bars, das war uns ungeheuer, haben wir gesagt, wir bleiben lieber bei uns an der Bar am Hotel und das war cool. Da kamen viele Eintracht-Fans aus, Hamburg habe ich ein paar gesehen, ein paar aus Berlin waren da, ein paar selbst logischerweise aus Frankfurt. Also es war eine schöne Mischung. Wir haben viel gebabbelt, ein bisschen was getrunken, eine gute Stimmung gehabt und wir haben uns auch mit, weil das so eine junge Studentenkneipe beziehungsweise kümelstes Publikum, auch relativ alte und ein paar junge und dann haben wir uns mit vielen Leuten auch auf Belgisch, nicht auf Belgisch, aber Belgier unterhalten, dann eher auf Englisch und manchmal auch auf Deutsch. Das hat auch gut funktioniert. Also auch da war die Völkerverständigung wieder da. Insofern hat ein positives Ende gehabt mit drei Punkten für die Eintracht und davon gerne mehr, gerade in Sachen Punkteausbeutung. Genau, geht ja dann weiter nach der Länderspielpause gegen Olympique Piraeus auch am, ich weiß nicht mal, sind wir da 18.45 wieder oder sind wir später? Ich weiß es jetzt gerade auswendig gar nicht. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich meine, wir hätten das späte Spiel, ne? Das kann gut sein. Also jetzt die Uhrzeit habe ich nicht im Bundeskirmherr gerne nachreichen. Genau, 21 Uhr, spätes Spiel, Heimspiel. Gegen Piraeus am 21. Zehntel. Genau, genau. Aber ja, also das war wie gesagt schön, ich freue mich und ich hoffe, dass es dann dementsprechend so weitergeht. Wir haben vieles gesehen, von dem wir auch sagen müssen, das muss anders werden. Wir haben eben schon über die Offensive gesprochen, aber in Sachen Offensive hat sich jetzt vielleicht gar nicht so unfassbar viel geändert gegen den FC Bayern München. Weiterhin relativ defensiv, kompakt aber und in einer Kompaktheit, die dazu geführt hat, dass gegen Bayern etwas passiert ist, von dem glaube ich hier, also ich hätte realistisch nicht damit gerechnet, René. Definitiv nicht. Also ich bin in dieses Spiel reingegangen und habe gesagt so, wenn es jetzt mal wieder ein Unentschieden wird in der Liga, wäre das für mich tatsächlich vollkommen in Ordnung und man muss ja auch dazu sagen, die Bayern hatten ja durchaus auch so ein bisschen ihren Spaß dran gefunden, ihre Heimspiele gerne mit vielen Toren zu bestreiten. Unter der Woche in der Champions League fünf Tore gegen Kiew. Ich glaube direkt davor war das Spiel gegen Gladbach, wo sie 7-0 gewonnen haben und das Spiel davor hatte auch schon fünf oder sechs Tore. Also die waren ja richtig darauf eingestellt, zu Hause dem Gegner mal so dermaßen eine Klatsche irgendwie zu geben, aber du hast es gerade eben angesprochen. Da war so dieser eine Mann, der da hinten im Tor stand und ein weiser Mann hat mal gesagt, Kevin Trapp erstrahlt Sicherheit aus. An dem Tag definitiv. Also was der da gehalten hat, meine Fresse. Absolute Höchstleistung, oder Patricia? Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war schon wahnsinnig stark. Vor allem hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil ja seine Form immer wieder in Frage gestellt wurde, auch zu Recht zum Teil. Zum Teil fand ich es übertrieben. Aber es war noch am Spieltag, habe ich irgendwie einen Artikel gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. FR oder FAZ? Eine von beiden, die irgendwie einen Artikel über Trapp hatten von wegen, ja, wo ist denn seine Form hin? Und gegen die Bayern bräuchte man doch jetzt unbedingt einen starken Rückhalt. und dann hat es mich umso mehr gefreut, dass es genau gegen die Bayern auch geklappt hat und er irgendwie das Spiel seines Lebens gemacht hat. Nicht nur, weil das für die Eintracht auch sehr, sehr wichtig ist, aber ich glaube, er schöpft daraus auch nochmal zusätzliches Selbstvertrauen, was ja nicht schaden kann. Und das war schon echt krass. Also vor allem diese Parade gegen Lewandowski da, der irgendwie einen Meter vor Trapp noch geköpft hat und er macht den mit dem Fuß so weg. Das war schon sehr, sehr krass und generell, ja. Er wurde ja auch von Jakic geprüft einmal. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht dadurch doppelt so wach war, weil er sich gedacht hat, oh ja, wenn jetzt die eigenen Spieler auch noch drauf schießen, dann wird es langsam eng. Ja, also er hat diese... Keine Ahnung, aber das war schon sehr stark. Erst diese Rettungstat von Jakic, der diesen Ball dann hat und dieser Moment, wo Jakic dann irgendwie die anderen anschnauzt so nach dem Motto, jetzt pass doch mal auf, was ihr mit dem Ball macht, da habe ich auch gedacht, so okay, jetzt ist hier aber mal richtig was los. Ja, also dieser Kopfball von Lewandowski war definitiv, also da den Fuß noch hinzukriegen, das ist reine Intuition und Glück, muss man ganz klar sagen. Aber auch der, ich glaube von Sané war das, dieser Schuss so von knapp außerhalb des Sechzehners, den er auch sehr spät erst sieht, den er dann da zur Seite um den Pfosten lenkt. Also da waren schon so ein paar Dinger dabei, wo er einfach auch instinktiv sehr gut unterwegs war. Also meine Güte. Ja, er war unfassbar wacht. Ich glaube, man muss sagen, Patriz hat eben schon richtig gesagt, vielleicht ist es das Spiel seines Lebens gewesen. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere solcher Spiele. Ja. Aber es ist natürlich schon so, das war herausragend. Du hast es schon richtig angesprochen. Klar, es gab Momente, wo du gesagt hast, okay, ja, das war vielleicht ein bisschen eher, ja, auch ein bisschen Glück, aber du musst dir dieses Glück auch erarbeiten. Ja, das ist ja genau das. Und das ist ja der rote Faden, der sich jetzt auch so ein bisschen da durchzieht, der sich sowohl dadurch zieht, dass du endlich mal wieder nach den ganzen Unentschieden das Glück auf deiner Seite hattest, dass du ein Tor bekommst, was dann auch, sag ich mal, also einen Elfmeter bekommst, der irgendwo vielleicht auch erarbeitet ist und dann machst du das Ding dann rein gegen Antwerpen. Das ist das Erste, was dir mal ein bisschen Sicherheit gibt. Ja. Und das Zweite, dass du dann auch wirklich defensiv wieder so sicher stehst, dass du jemanden hast mit Kevin Trapp, der Lewandowski dreimal oder zweimal alt aussehen lässt, der bei Serge Gnabrys wunderbarer Chance immer noch da ist, und Sané auf jeden Fall noch mit einer wunderbaren Parade abfertigt. Das sind alles Dinge, wo du dir sagen musst, ja, es wurde hart erarbeitet, aber es ist ja auch so, ein Kevin Trapp, er hat dieses Potenzial, er hat es endlich mal wieder abgerufen. Ich freue mich sehr, dass er nach den Wochen, in denen er kritisiert wurde, Patriz hat es gesagt, durchaus vielleicht auch zu Recht, dass man Dinge mal ansprechen kann, muss man auch, aber jetzt, und das ist ja genau das Ding, es wird immer gesagt, ja, Kevin Trapp ist ein guter Torhüter, aber der hat uns lange keine drei Punkte mehr festgehalten. Da war er maßgeblich. Und man muss aber auch sagen, was mir ebenfalls gut gefallen hat, dass das ganze Defensivkonglomerat gut funktioniert hat. Also das heißt, ein Hinteregger hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, bis auf den Fehler zum 1-0. Den hat er dann wieder korrigiert. Sobald das immer der Fall ist, habe ich da kein Problem mit. Und dass die Mannschaft aber auch mit einer Standardsituation zurückkommt, ist ja auch eine große Qualität, die du viel zu selten nutzt. Du hast es aber genutzt. Und auch ein Ilsanke hat ein gutes Spiel gemacht und auch ein Tutor. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass ein Tutor reinkommt, der eigentlich diese gesamte Saison abgemeldet ist. Der macht ein paar Minuten natürlich gegen Antwerpen, aber davor habe ich nicht gedacht, dass der irgendwie großartig ranrückt. Und das, was Glasner gesagt hat, hat sich auch nicht positiv angehört und plötzlich spielt er. Also das fand ich auch. Also erstens, Trapp hatten wir jetzt, glaube ich, mehr als ausreichend gewürdigt, aber auch die taktische Finesse vom Trainer zu sagen, okay, wir gehen eher mit so einer defensiveren Grundhaltung da rein. Wir suchen unsere Chancen in den Kontern, weil die Bayern uns auf jeden Fall auch Platz geben werden. Wir nutzen die Geschwindigkeit von einem Kostic aus. Ein Tutor, wie du ja gerade eben gesagt hast, über den wir ja letzte Woche beziehungsweise vorletzte Woche noch so ein bisschen gerätselt haben, warum ist er denn jetzt auf einmal so abgemeldet, der mit null Bundesligaspielminuten dort in dieser Startelf steht und wie ich finde, einen ordentlichen, sehr, sehr ordentlichen Job gemacht hat, der viele gute Aktionen hatte, der aber auch viel kommuniziert hat, versucht hat, irgendwie auch da Ordnung reinzubringen. Ein Ilsan kam mit irgendwie bislang, ich glaube, knapp 60 Bundesligaminuten. Also es war schon, wenn du dann siehst, was du auf der Gegenseite in der Offensive der Bayern hast, war das aus der Defensive heraus eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, man war ja ersatzgeschwächt, also stark ersatzgeschwächt. Denn Dika hat gefehlt, Tasebe hat gefehlt und ich bin mir sicher, beide hätten, also zumindest einer von beiden, je nachdem, wer fit ist, hätte gespielt. ein Lenz ist weiterhin verletzt, ein Durm hat auch gefehlt. Also das waren ja eigentlich alles, ich sage nicht Notlösungen, aber das ist eine Abwehr, die eigentlich so erst mal nicht zusammengespielt hätte. Und dafür ist das schon wirklich, also nicht nur dafür, das war einfach eine sehr, sehr starke Leistung insgesamt defensiv. Die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem Interview von Glasner danach, die nicht nur in dieser Kombination nicht gespielt hat, sondern die aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Hasebe so noch nicht mal zusammen trainiert hat. Also selbst in den Trainingsspielen war, so habe ich Glasner zumindest nach dem Spiel im Interview verstanden, haben die mit dieser Abwehr kein einziges Trainingsspiel gemacht. Also die sind quasi von 0 auf 100 gegangen. Das Gute ist, ich meine, die kennen sich ja jetzt alle schon, das ist ja das Gute sowohl ein Tutor, weil letztes Jahr auch schon dann Ilse Anker und Hinteregger auch. Das heißt, die haben natürlich ein gewisses Grundvertrauen und gerade Ilse und Hinteregger sowieso auch aufgrund ihrer Zeit in der Nationalmannschaft. Also das ist gut, aber es hat dann auch alles ineinander hineingegriffen und das war halt gut. Und das muss ich sagen, das hat auch Glasner, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft so ein bisschen verstanden hat, was er von ihr will. Ja, und das hast du gesehen, defensiv war das wirklich in bester Manier kompakt und das hat wirklich gut funktioniert. Und da kann ich diese Mannschaft auch einfach nur loben und nicht nur wegen der Defensive, wie wir es eben schon mehrfach gesagt haben, natürlich gut war, aber auch mit Offensiv-Szenen, die ganz schön die Bayern gestichelt haben. Erinnert euch an die zwei Szenen vor dem Schlusspfiff. Auf der einen Seite war es dann, glaube ich, Linz Trüm, der den Ball dann nicht mehr bekommen hat, weil er noch leicht abgefälscht war. Ich glaube, das Ding kam von Kostic rein. So eine brutale Chance, wo du denkst, Alter, das hätte es ja jetzt schon sein können. Also es gab ja die Möglichkeiten, sogar zum 2 zu 1 und da muss ich echt sagen, wir waren offensiv auch durchaus ansprechend, wir haben Nadelstiche gesetzt und das noch hinzubekommen mit einer Geschlossenheit, das hat mir durchaus pläsiert. Auch nicht zu vergessen, die Szene, die war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, wo ein Touré dort den Ball quasi, Wow, geil. Ich weiß nicht, war es Hernandez oder war es Uppermekano? Ich glaube, es war Hernandez, den man den Ball quasi dann mit der Brust wegnimmt und dann halt schießt, aber ja, auf der einen Seite hast du halt immer noch einen Manuel Neuer da im Tor und er trifft den halt auch nicht richtig. Er versucht ihn, glaube ich, so ein bisschen mit dem Innenriss unter dem Torwart durchzuschieben und trifft ihn auch nicht so 100 Prozent, aber das war halt auch einfach eine geile Aktion, dieser Ball, der dann da kommt und dieses Selbstvertrauen von einem Touré dann da hinzugehen, sich diesen Ball zu nehmen, also da hast du halt einfach auch gemerkt, dass da eine ganz andere Mannschaft von der Einstellung her an dem Tag auf dem Platz war. Es ist genau das, also es ist eine andere Einstellung gewesen, aber was du auch sagst, dieser Pass, dieser Zuckerpass von So, Flankenartig passen mir, wie auch immer, zu Touré, tut es mir leid, der hat alles richtig gemacht und wenn du es dann halt im Endeffekt nicht veredelst, dann ist es nicht schlimm, weil Tutor ist halt auch ein Außenverteidiger, der kein schlechtes Spiel gemacht hat unter Patricia. Touré meintest du jetzt? Ja, Touré auch stark weiterhin und klar, ich kann ihm jetzt nicht böse sein, dass er den nicht gemacht hat, ich meine, es ist wie gesagt ein Außenverteidiger, er spielt auch Innenverteidigung, ich glaube, Tore schießen ist jetzt vielleicht nicht seine Nummer 1 Aufgabe, aber das war schon sehr, sehr stark, auch wo du es jetzt angesprochen hast, So, also So hat mir auch erneut sehr gut gefallen, zusammen mit Jakic natürlich auch, Jakic, der ja auch Upamecano einmal komplett hops genommen hat, würde ich mal sagen, Upamecano auch mit einem extrem schlechten Tag, um das nochmal einzuwerfen, also das war ja, der war ja überhaupt nicht wiederzuerkennen von dem Verteidiger, den man ihn eigentlich kennt, also das war sehr, sehr schlecht, also der wirkte da extrem verloren in mehreren Situationen, ich glaube auch beim 1 zu 0 von, beim Ausgleich von Hinteregger, Er ist überhaupt nicht hingegangen, er hätte eigentlich Hinteregger sogar decken müssen, glaube ich, ich glaube, das war seine zugeordnete Person und ja, also der mit einem rabenschwarzen Tag, aber umso besser für die Eintracht, also wie gesagt, Jakic und So, beide stark, So vor allem, auch mit dem vor dem 2-1, also er hat ja den quasi verlorenen Ball direkt nochmal abgeluchst und sofort auf Kostic gegeben und der natürlich mit einem Selbstverständnis dann zum 2-1, das hat mir schon sehr gut gefallen und freut mich auch zu sehen, vor allem auch, dass Kostic da so vorangeht, einfach weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass einige Spieler in der Offensive noch Unsicherheiten haben beziehungsweise nicht so ganz wissen, was mache ich jetzt, sondern so ein bisschen überfordert sind und Kostic ist halt einer, der sagt, nee, ich baller den jetzt aus einem, ja, fast schon ungünstigen Winkel einfach drauf und ich weiß, dass ich den unterbringen kann an einem guten Tag und da war da auch das Tor, also das ist schon einfach stark. Ja, also der Tag war sehr gut, da einfach mit vollem Selbstvertrauen und ich glaube auch so ein bisschen durchaus Wut und Wille an der Stelle dann einfach dieses Ding da mit diesem Trall über die Grasnarbe zu ziehen, dass der da so blöd aufspringt und dann unterneuer durch, also das ist halt auch, Kostic is doing Kostic things, also das war mega. Upa Meccano übrigens auch der Spieler, der in der Situation, weil Marvin es gerade angesprochen hat, diese Chance, die dann da noch war, wo Lindström haarscharf nicht an den Ball kommt, da ist auch der Gegenspieler, den Kostic da austribbelt, das ist auch Upa Meccano, den er dann da einfach mit einer kurzen Körpertertäuschung mal stehen lässt und dann da nach innen zieht. Also der hat echt keinen guten Tag gehabt an der Stelle. Also ich will das jetzt auch nicht klingen lassen, ich finde zum Teil hat es jetzt vielleicht auch ein bisschen geklungen, als hätte die Eintracht die Bayern an die Wand gespielt, so war es ja nicht. Doch, doch. Man hat ja schon gesehen, wer das bessere Team ist eigentlich auf dem Platz und wer da dominiert, aber trotzdem, das muss man erst mal schaffen auswärts in München, da haben wir schon ganz andere Spiele erlebt und dann noch zurückzukommen, also man lag ja 1-0 hinten, das finde ich schon echt stark, das dann noch zu drehen, obwohl man ja offensichtlich die unterlegene Mannschaft war. Also es gab auch weiterhin Dinge, an denen noch gearbeitet werden muss und ich glaube, das wissen Sie auch selbst, es gab weiterhin viele Fehlpässe und solche Kleinigkeiten, die wir auch schon die letzten Wochen immer kritisiert haben, wo wir sagen, das muss sich noch deutlich verbessern, um da die Leistungen zu bringen, die man eigentlich bringen könnte, aber dennoch hat sie ja dann im Endeffekt gereicht, auch dank Kevin Trapp, muss man sagen. Ja, ich glaube vor allem. Du fasst sehr, sehr gut zusammen, genau das ist es nämlich, denn es war ein super Sieg und das ist ganz, ganz wertvoll, wichtig und natürlich ist es aber trotzdem so, dass man Punkte gesehen hat, die ersten zehn Minuten, da hast du den Leistungsunterschied und das Leistungsvermögen oder auf jeden Fall die Qualität gesehen, die die Bayern auf den Platz bringen und das war schon ein Qualitätsunterschied, da muss man schon sagen, okay, jetzt müssen wir nur aufpassen. Also die ersten zehn Minuten habe ich nicht positiv gedacht, da habe ich gedacht, okay, wer weiß, vielleicht bin ich in 20 Minuten hier jetzt schon ein bisschen drüber und dann ist mir auch alles egal, aber sie haben es hinbekommen, sie haben stringent die Bayern so entnervt, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit dem Julian Nagelsmann und dem Fluch, dem Eintracht-Fluch zusammen, weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie die Statistik aussieht, aber so meine subjektive Statistik, die sagt mir, dass Julian Nagelsmann gegen die Frankfurter Eintracht öfter schon schlecht aussah, ja, mit seinen Teams, vielleicht ist da irgendwas dran, würde mich auf jeden Fall freuen, aber wir haben diese wichtigen drei Punkte jetzt geholt, mit einer Mannschaft, die ich so, glaube ich, nie aufgestellt hätte, aber trotzdem, es gibt Dinge, die wieder ganz okay funktioniert haben, wie ein Touré, wir haben eine super Innenverteidigung gesehen, wir haben gesehen, dass Jakic und So zusammen sehr, sehr gut funktionieren und Big Match, Kostic ist halt auch da, wenn er gebraucht wird und das Geile ist, das ist halt Fußball, niemand redet heute noch über das Ende der Transferphase, als es hieß, ja, geht Kostic, wechselt Kostic den Verein, der hat uns jetzt schon wieder so wichtige Tore geschossen, das interessiert hier gerade niemanden, die Sache ist gegessen, raus, ciao, kakao, und genau das ist es halt, bleibt ein Spieler, bringt ein Spieler seine Leistung, reden wir nicht mehr drüber, geil, und daran gilt es aber jetzt weiterzuarbeiten, denn, was Patrizia vollkommen richtig erwähnt hat, alles funktioniert immer noch nicht und dafür brauchen sie vielleicht jetzt auch die Länderspielpause, um dann gegen die Hertha den nächsten Dreier zu holen und dann bist du wirklich wieder richtig geil im Game drin, denn auch klar ist, Hertha ist gerade so schlecht drauf, die haben ganz andere Probleme, wenn wir denen jetzt die Hörner aufsetzen, dann läuft der Lachs. Das ist so ein Punkt, da bin ich gerade so ein bisschen unschlüssig, ist es jetzt gut, dass wir in diese Länderspielpause jetzt gehen oder ist das eher schlecht, was ist denn da so eure Meinung dazu? Ich glaube, es ist gut, also ich habe mich selbst so ein bisschen geärgert dann nach dem Spiel, einfach weil, klar, man hatte jetzt so ein bisschen Aufwind mit den zwei Siegen, Antwerpen und Bayern und das ist ja auch einfach fürs Gemüt ganz gut und irgendwie hatte ich dann doch wieder ein bisschen Bock auf Fußball, ich hatte ja, ich war so ein bisschen übersättigt, sage ich schon fast, also ich hatte mir die Länderspielpause herbeigesehnt, eigentlich aus anderen Gründen, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, Fußball zu gucken, ja und jetzt ist sie da und dann habe ich mir gedacht, ach nö, jetzt hätte ich irgendwie schon gern noch die Partie gegen Hertha gesehen, aber ich glaube, insgesamt ist es für die Eintracht jetzt nicht schlecht, wenn man auch bedenkt, man hat einige angeschlagene, verletzte Spieler, denen vielleicht die Chance zu geben, ein bisschen fit zu werden und vielleicht zurückzukommen zum Team und ich glaube, es ist auch nicht so schlecht, in die Länderspielpause zu gehen, jetzt mit diesem Aufwind aus dem Bayern-Spiel, also man kann das jetzt noch eine Woche länger genießen, ohne sich schon auf das nächste Abenteuer zu stürzen, ja, ich glaube, es kommt schon zu einem ganz guten Zeitpunkt, also ich habe schon Länderspielpausen gehabt, wo ich mir dachte, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock, da wird so ein Flow jetzt komplett zerrissen, aber ich glaube, aktuell kommt das ganz gut, auch vor allem wegen der verletzten Situation aktuell. Ja, stimme ich dir zu, weil es ist wirklich so, dass wir, ja, Spiele hatten mit Durm, Dika, die nicht spielen konnten, den Hasebe, der dann nicht rechtzeitig fit wurde für das Spiel gegen die Bayern in Lenz, aber die machen jetzt alle Fortschritte, Durm und Dika kommen wieder zum Mannschaftstraining, jetzt schon zurück, die anderen beiden sind auch bald wieder da, dann haben wir natürlich Spieler, und das ist ja das Einzige, was irgendwie wirklich so nervig an den Länderspielen ist, immer die Gefahr, dass sich natürlich jemand verletzt, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, also deswegen beten, dass ein Bore fit bleibt, dass Hinteräger Ilse fit bleiben, dass Kamada und Kostic beispielsweise fit bleiben oder Zou, der jetzt immer wieder sehr, sehr wichtig wird und Jakic macht ja auch seine Länderspiele, also da sind sehr, sehr viele dabei, richtig krass viele, 13 Nationalspieler der Eintracht sind wieder rund um den Globus unterwegs, aber es heißt auch gleichzeitig, wenn die wieder zurückkommen, kommen sie vielleicht auf ein Konstrukt, was sich schon einigermaßen gefunden hat, denn ein paar bleiben ja da und dann kann man an diesen Kleinigkeiten weiterarbeiten, denn das Ziel muss wirklich sein, gegen die Hertha so wettkampffähig zu sein, dass du sagst, okay, wir haben eine realistische Chance, gar nicht wieder in irgendeine Strudel zu kommen, das ist ja das immens Wichtige, das immens Wichtige ist ja nicht nur, dass die Eintracht jetzt gegen die Bayern gewonnen hat, sondern dass sie jetzt mit einem Dreier sich von irgendwelchen Schwierigkeiten da unten komplett befreit haben, ja, du bist jetzt ein bisschen relaxter, du kannst sagen, wir haben dreifach gepunktet, ja klar, Platz 13 klingt nicht so mega geil, aber es sind auch schon wieder vier Punkte auf Platz 16, also insofern alles boogie und wenn ich jetzt weiter kontinuierlich punkte, dann läuft der Dax. Ich meine, es ist ja klar, dass wir nicht zwingend jetzt nach Europa diese Saison schielen müssen, wenn wir jetzt schon europäisch eh spielen, aber dass wir halt nicht in irgendeine Drangssituation kommen, das ist gut und das hast du dir jetzt erarbeitet, mit relaxed arbeiten können durch den Bayern-Sieg. Ja, ich bin mehrheitlich auch bei dem Thema zu sagen, ich finde es gut, dass wir diese Pause jetzt haben, weil ich glaube, du kannst jetzt einfach nochmal tatsächlich das Positive herausstellen, die positiven Erfahrungen, die du jetzt aus diesen zwei Siegen gemacht hast, da nochmal so ein paar Dinge irgendwie mit den Spielern, die halt da sind, nochmal einstudieren, nochmal so ein paar taktische Kniffe vielleicht auch ausprobieren und von daher bin ich da auch ganz froh drin und vielleicht kann Kollege Lammers auch nochmal üben, wie so Ballmitnahme und so ist. So, jetzt nehmen wir dazu. Ja, damit jetzt erstmal ein bisschen Fußballpause für die Eintracht-Männer, die Eintracht oder die Punkte waren da, jetzt geht es in die Länderspielpause und da kann man sich ja den ein oder anderen Nationalspieler angucken. Fragt mich jetzt bitte nicht, in welchen Sendern irgendwelche Nationalmannschaftsdinger übertragen werden, aber das findet ihr bestimmt selbst raus, wenn ihr da Interesse habt. Das ist trotzdem schon krass, wenn du das ansprichst. Wir haben es letzte Woche ausreichend diskutiert, aber allein die Tatsache, dass das momentan jetzt mit dem TV Now jetzt auch immer noch so mäßig läuft, irgendwann muss die Eintracht aber mal wieder in Free-TV kommen. Also ich kann schon verstehen, ich glaube, was war in Free-TV, war Chels, nee, warte mal, Celtic gegen Leverkusen, genau. Glaube ja. Kann ich natürlich verstehen, auch ein geiles Los auf jeden Fall, aber trotzdem, der Eintracht muss halt auch mal wieder in Free-TV laufen und RTL bekommt da bestimmt auch schon ein bisschen Heat deswegen, also müssen sie mal was überlegen jetzt. Ja, das definitiv. Nun gut, aber dann gibt es ja noch eine zweite Mannschaft der Eintracht, die Fußball spielt und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen, weil wir ja auch den Hinweis von Coco per E-Mail bekommen haben, man könnte sich ja auch mal mit den Eintracht-Damen beschäftigen, die spielen ja auch Fußball und deswegen die Frage an dich, Marvin, was machen denn die Eintracht-Frauen gerade so? Ja, die Eintracht-Frauen haben leider ihre erste Saison in der Lage eingesteckt. Bisschen schwierige Kiste, eigentlich nachdem es ja richtig gut lief, die mussten sie jetzt, ja, nicht ärgerlich, ist voll schlimm, das zu sagen gegen Hoffenheim, haben sie verloren, Hoffenheim auch mit einer guten Mannschaft. Besonders ärgerlich, nachdem sie eigentlich geführt haben, haben sie sich dann die Butter da noch vom Brot nehmen lassen. Ist ja auch mal, man kann wieder hin, besonders schlimm für die Leute, die da waren, im Dietmar-Hopps-Stadion, in Sinsheim, also doppelt bitter, wenn man im Dietmar-Hopps-Stadion auch noch verliert, ja, also Dietmar, wo bleibt der Impfstoff? Ist immer noch eine Frage, die noch nicht abschließend beantwortet wurde. Aber er hat doch, glaube ich, gesagt, er kommt nicht, oder? Haben sie das Thema jetzt nicht zurückgezogen? Ist ja auch egal, falsches Thema, Eintracht-Frauen. Auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen ärgerlich, weil, wie gesagt, mit drei Siegen gut gestartet, jetzt die erste Niederlage, diese Liga ist extrem eng, du hast natürlich eine Mannschaft, die schon leider ein bisschen überstrahlt und letztes Jahr auch Meister geworden ist mit dem FC Bayern, du hast andere Top-Mannschaften wie Wolfsburg. Ich will nicht von einer Zementierung sprechen, aber es wird schwierig für die Eintracht da noch ranzugehen und die Sache ist halt, wenn du schon ein Spiel verlierst, was auch dementsprechend unnötig ist, dann ärgerst du dich doppelt, weil es schwieriger ist, da wieder ranzukommen. Trotzdem, die Mannschaft von An-Autos da ist, da geht auf jeden Fall noch was. Die haben ja auch Spiele, die viel, viel, viel Freude machen. Also eine Spielerin, die auch immer wieder auch international entfassend im Fokus steht, ist ja die Laura Freigang, mit so die beste Frankfurterin, würde ich behaupten, du hast mit Shakira Martin, das ist eine Stürmerin, die auch den Ball gut treffen kann und dementsprechend auch schon zwei Saisontore gemacht hat. Also das ist interessant, da geht noch ein bisschen was, aber mal gucken, dürfen sich nicht allzu viele Niederlagen in dieser extrem engen Liga leisten und wenn du dann auf jeden Fall siehst, dass die Bayern jetzt schon 6-0 gegen Köln gewonnen haben, dann merkst du schon, was das für eine Übermannschaft ist. Also da ist es fast wie bei den Männern mittlerweile, muss man sagen. Ja, die Bayern-Frauenmannschaft auch aktuell mit einer Torausbeute von 21 zu 0. Das wollte ich auch gerade sagen, das finde ich krass nach vier Spielen. Ja, also das ist 6-0 Köln, 4-0 Freiburg, 3-0 Sand und 8-0 Werder Bremen. Die haben halt schon zehn Tore mehr als Wolfsburg, sind ja Zweiter und haben elf Tore geschossen in vier Spielen und das ist schon nicht so schlecht. Ja, also das ist schon schwierig, ist schon, hat schon Männer, 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 Bundesliga-Vibes so ein bisschen gerade. Was die Dominanz der Bayern angeht, ja definitiv. Genau, aber man kann auch jetzt auch wieder zum Spiel hingehen, denn ungleich wie die Eintracht Männer ist es gerade so, dass nächstes Wochenende gespielt wird in Essen, die SGS Essen ist das nächste Auswärtsspiel, aber leider wieder für die Eintracht und wenn ihr dann daheim dabei sein wollt, habt ihr dann am 17.10. beim absoluten Topspiel die Möglichkeit. 16 Uhr, also richtig schöne Nachmittagszeit, ich bin ja früher auch öfter, ich hatte ja mal früher eine Dauerkarte und bin dann auch öfter hingegangen und da fand ich es immer ganz cool, weil die Atmosphäre im Stadion, also das ist nicht in so sonstigen Umfeld, sondern das ist in der Nähe von Hausen, jetzt fällt mir das Stadion nicht ein, wie heißt der Name denn, wo auch Rot-Weiß Frankfurt spielt? ich weiß welches Stadion du meinst, Brentano Bar, danke, ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. Ja, ja genau, aber genau, da wird dann gespielt und ich glaube, das könnte auf jeden Fall wenig interessant sein, der mal Bock hat, ein bisschen relaxed um 16 Uhr Fußball zu gucken, absolutes Topspiel, hoffentlich kann die Eintracht dann wieder punkten. Genau, Eintracht Frauen gegen die Bayern am 17.10.16 Uhr. Genau. Ja, ja sehr schön, dann haben wir auch da nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wir versuchen das jetzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder einzubauen und euch da auch den Zwischenstand bei den Eintracht Frauen mitzugeben. Ich glaube, das ist sowieso ganz grundsätzlich interessant, abgesehen davon, dass mir manchmal Stadionnamen nicht einfallen, das Hauptstadion habe ich mir extra vorher mal angeguckt, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist ja besonders frech, aber so Sachen wie Brentano Baden, auch wenn man früher mal da war, wenn man nicht immer zum Gleichen hingeht, aber andererseits ändern sich auch oft die Namen. Ich bin, ehrlich gesagt, würde ich mich mal freuen, dass so ein Topspiel wie die Eintracht Frauen gegen den FC Bayern, dass das sogar auch wirklich mal, wenn es irgendwie möglich wäre, auch in, jetzt wollte ich schon Commerzbank sagen, aber es ist ja der Deutsche Bankpark, das auch so was vielleicht mal, genau, oder das Waldstadion einfach auch mal dort stattfindet, weil ich glaube, mit ein bisschen Promotion könntest du da richtig was an den Mann und an die Frau bringen, da hätte ich auf jeden Fall Bock zu, muss man sich überlegen, da hört die Eintracht vielleicht zu und kann dann mal was machen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, aber wie gesagt, ich glaube, das kann richtig gut sein und interessant ist ja, dass über die letzten Jahre, spätestens durch die Fusion mit dem FFC, es ja dazu gekommen ist, dass ja nochmal ein bisschen neuer Hype entstanden ist, auch die Frankfurterinnen auch regelmäßig irgendwie auf Social Media vertreten sind, ja einen eigenen Account dann auch haben und es ist auch so, dass die Interaktion auch zwischen Fans ganz gut ist und auch viele Leute, mittlerweile auch es auf Twitter gibt, die sich regelmäßig auch die Spiele geben, bald ist es doch auch so, dass The Zone einsteigt, wenn ich richtig gedacht habe, da gucke ich gleich nochmal nach, werde ich gleich nochmal recherchieren, aber da ist auch ein bisschen was geplant. meine, ja, also zumindestens fangen sie doch jetzt an, irgendwie die Spiele der Frauen Champions League zu zeigen. Genau, das ist es nämlich, ne, und das ist ja auch, das ist ja auch, du hast dann den Spot und das ist natürlich auch ziemlich geil, ne. Ja, also das war zumindestens das, was ich am, am Wochenende, ähm, hatten sie das, glaube ich, als sie das hier beim Bayern-Spiel ist das nochmal gesagt worden, dass sie die Frauen Bundesliga jetzt zeigen, genau. Liga weiß ich jetzt nicht, ich glaube, die läuft ja immer noch bei Magenta, ne, genau. Genau, also das ja, das müsstest du ja wissen, das ist ja dein Verein, ne, aber die Champions League dann dementsprechend bei DAZN, da ist dann schon, also kann man sich alles angucken und, ähm, für die Leute, die Bock haben, irgendwie mal hinzufahren, da gibt es ja auch einige gute Lose, aber gut, anderes Thema. Ja. Läuft übrigens gerade Frauen Bundesliga. Benfica gegen Bayern und Barcelona gegen Arsenal. Kann man jetzt gerade live, Champions League, Entschuldigung, natürlich. Ähm, wer jetzt hier live zuhört, wenn wir dann vielleicht gleich fertig sind, könnte dann nochmal kurz reinschalten. Super. Ne? Genau. Ähm, apropos, äh, man kann mal wieder ins Stadion, äh, die Eintracht hat jetzt auch die Freigabe bekommen, also die Eintracht Herren, ähm, am nächsten Heimspiel gegen die Hertha mit 40.000 Fans zu spielen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt auch die Bewerbungsphase gestartet oder startet in Kürze. Ähm, und das bedeutet auch, dass bei den vielen Dauerkarten, die wir haben, das erste Mal theoretisch jeder Dauerkarten-Besitzer, Besitzerin eine Karte für dieses Spiel erwerben könnte. Habe ich das so richtig verstanden, Marvin? In der Theorie klingt das auf jeden Fall gut. In der praktischen Umsetzung bin ich gespannt, wie das laufen soll, weil du hast ja eben richtig gesagt. Auf jeden Fall ist das der nächste Schritt. 40.000 Zuschauer ist ein weiterer Schritt zur Normalität, eine Normalität, die wir ja immer weitergehen, auch im Stadion und auch außerhalb des Stadions sehen. Das heißt im Endeffekt so, dass wir, ähm, die absolute Mehrzahl aber natürlich haben, die nur in diesem 2G-Modus ins, äh, Stadion dürfen oder halt, ähm, 3G-Plus. Das sind dann die zweiten bis zu 2.000, die da noch hindürfen. Ich bin gespannt, wie das geregelt wird. Wenn du es irgendwann schaffst, dass das Stadion komplett voll wird und dann immer noch, äh, die Prozentzahl rein darf, dann könnte theoretisch auch mal die komplette Kurve wieder rein, äh, unabhängig davon, ob das jetzt, ob sie jetzt alle geimpft sind oder ob es so ist, dass du, ähm, nicht nur testen lassen musst. Ich glaube, das wäre eine interessante Option, aber es geht zumindest in die richtige Richtung, Patricia. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt angenommen wird, ähm, aber die Stehplätze können ja, habe ich richtig verstanden, könnten voll ausgelastet werden, oder? Also jetzt, klar mit, mit irgendwelchen Auflagen, aber ansonsten wäre das jetzt schon möglich, dass die dann voll werden. Das ist zumindest mein Verständnis, Vollauslastung der Stehplätze. Äh, es darf, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl von, 400, ähm, getesteten da sein, also von denen, ich glaube, insgesamt sind es ja, 2000. 2000 Getestete dürfen maximal 400 eine Karte für den Stehplatzbereich haben und dort musst du Maske tragen, wohingegen du bei den Sitzplätzen, wenn du am Platz bist, keine Maske tragen musst und da ist das, wenn ich das richtig gelesen habe, so gemacht, dass du quasi nur vier Plätze nebeneinander und dann Abstand zur nächsten maximal vierer Gruppe, darüber hat man es jetzt quasi, okay, ähm, gelöst. Aber, ja, also Stehplätze, komplett volle Hütte. Ich bin gespannt, was das dann jetzt auch für, ähm, die Fangruppierung bedeutet, umso näher wir uns dem Thema Vollauslastung nähern, ob dann da auch wieder, äh, die aktivere Fanszene oder, ja, ich weiß nicht, ich finde immer aktiv so ein bisschen schwierig als Wort. Also ihr wisst, was ich meine, Fanclubs etc. da und dort, äh, wieder stärker sich auch ins Stadion bewegen. Ich bin da echt mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Patrizia, du wolltest noch was sagen? Ne, äh, wollte auch nur sagen, bin gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt und auch, wie viel letztendlich von diesen 40.000 Tickets dann verkauft werden, weil es ja zuletzt auch so war, dass man es nicht immer geschafft hat, das komplette Kontingent, äh, loszuwerden, oder? War das nicht so? Zumindest in den Anfängen jetzt der Liga, wo dann die Zuschauer wieder zurück konnten, dass man da schon so ein bisschen Probleme hatte, die zu verkaufen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das so, jetzt aber auch mit einem überwiegenden 2G-Modell, also man liest ja oft auch, viele würden das ja befürworten und viele würden sich da auch besser mit fühlen. Also vielleicht blockt man damit dann auch noch ein paar Leute hin, die eigentlich davor nicht gegangen wären. Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, wir werden es alles abwarten müssen. Es ist so, dass das eine ganze Weile noch dauert, bis der Normalität zustandeht, wieder hergestellt wird. Du hast auch gesehen, in Dortmund hätten, glaube ich, am Wochenende auch 80.000 sogar Platz nehmen können. Im Endeffekt waren es 41.000. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Wir wissen, dass bei Dortmund eigentlich immer alle Nase lang alles ausverkauft ist, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also auch da dauert es einfach eine Weile. Aber man muss halt diese Zeit vielleicht erst mal nutzen, und auch wieder ranzukommen, wieder sich daran zu gewöhnen, auch dass wieder mehr möglich ist. Die Optionen sind zumindest da. Und das Wichtige ist, ist, dass die Eintracht den nächsten Schritt einfach versucht, dass sie immer weiter sagt, okay, wir sind aber nicht zufrieden mit 25.000 Zuschauern. Wir wollen 40.000 Zuschauer. Und das ist ja der nächste Ding. Ich hätte, glaube ich, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass überhaupt ein Kontingent von 2.000 Ungeimpften der Eintracht jetzt zugestanden wird. Und das ist jetzt schon mal ein positives Moment. Und wenn ihr einfach das weitermacht und weiter da gierig bleibt, aber auch gleichzeitig die Fans auch sagen, ja, geil, wir machen das mit mit den 40.000. Wir nehmen das an. Dann zeigen sie auf der anderen Seite, dass es den Willen gibt, da mitzumachen. Das ist ganz essentiell, dass jeder, der Bock hat, ins Stadion geht. Und da soll auch niemand gedrängt werden. Wenn Leute sagen, das ist nichts für mich oder aus anderen Gründen, dann ist das auch vollkommen okay. Aber je voller es wird und je mehr Need auch da ist, und gleichzeitig auch dementsprechend alles einigermaßen sicher bleibt, dann muss man dann auch sagen, irgendwann kannst du dann wieder auf Vollauslastung gehen. Vielleicht dann mit der Prozentzahl, die jetzt herrscht für die Ungeimpften. Das wäre dann eine Möglichkeit. Zumindest hast du dann auch als Eintracht alles, was dir möglich ist, getan, um so viele Fans, auch die Fans, die skeptisch waren, wieder reinzuholen. Und da ist natürlich die Wiedereröffnung des Stehplatzbereiches ein maßgeblicher Schritt. Ja, das definitiv. Ich bin mal gespannt. Wir werden das, wie Marvin schon sagte, beobachten und dann mal schauen, wie groß die Nachfrage nach den Tickets ist. Also ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, die Bewerbungsphase für die Dauerkartenbesitzenden ist quasi jetzt gestartet und geht bis Samstag, 9. Oktober. und dann wird da ja, glaube ich, auch noch mal das eine oder andere dann im freien Verkauf erhältlich sein. Also schauen wir mal. Könnte auf jeden Fall spannend werden. So. Und dann haben wir diese Woche auch tatsächlich mal wieder eine gute Tat. Die gute Tat der Woche Geben wir alles zu Hause in unserer Familie in unserem Umfeld in unserem Berufsleben damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, ich bin die Woche über ein Thema gestolpert, was ich hier gerne als gute Tat der Woche mit aufnehmen wollen würde. Aber als erstes eine Frage an meine zwei Mit-Podcastinnen hier. Wie viele Tage sind es ja noch bis Weihnachten? Keine Ahnung. Ich bin sehr schlecht in Mathe. Ja, ich auch. Ich sage mal, warte, es sind so 76. Close enough. Es sind 79. Patricia, nicht schlecht. Nicht schlecht. Genau. Und zwar könnt ihr euch heute schon um das Thema Weihnachtsgeschenke kümmern. Und zwar Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa. Es gibt nämlich auch in diesem Jahr, und da bin ich sehr froh drüber, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden bin, weil bei uns in der Firma die Nachwuchskräfte, also die Azubis und so weiter, sich drum kümmern, Weihnachtspäckchen zu sammeln für den Weihnachtspäckchen-Konvoi. Und zwar ist das eine gemeinnützige Organisation, die seit ein paar Jahren für Kinder in ländlichen Gebieten in Osteuropa Weihnachtspäckchen sammeln oder halt eben packen, wenn ihr denen eine entsprechende Geldspende entgegenbringt und die dann in Laster laden und dann da zu den Kindern nach Hause fahren, damit die dort Weihnachtspäckchen bekommen können. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Aktion. Es gibt eben, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, ihr könnt ein Paket packen, dann findet ihr auf deren Webseite eine Information über die verschiedenen Sammelstellen und ihr kriegt auch so ein bisschen Tipps, was funktioniert, was nicht funktioniert, also zum Beispiel keine elektronischen Sachen, keine ausschließlich deutschen Bücher, wenn es um Kinderbücher geht, dann vielleicht eher Bilderbücher und so weiter, aber das ist dort alles beschrieben. Und dann könnt ihr eben Päckchen packen, die sollten maximal so groß sein wie ein Schuhkarton, damit das dann auch alles vernünftig gestapelt und untergebracht werden kann, also jetzt nicht irgendwie hier den großen Ikea-Karton vollmachen. Das ist die eine Variante oder ihr könnt halt eben einfach auch für Päckchen in Form von Geld spenden und da reichen tatsächlich auch schon zwei Euro pro Päckchen, um dort dafür zu sorgen, dass dann Dinge gepackt werden. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Aktion und ihr könnt auch quasi, wenn ihr vom Bankkonto aus überbezahlt oder spendet und nicht von PayPal, ist das auch anerkannt, dass ihr bis zu einer gewissen Grenze einfach nur den Überweisungsbeleg oder den Kontoauszug quasi als Spendenquittung bei der nächsten Steuererklärung mit abgeben könnt. Auch das ist dort einwandfrei beschrieben. Ich finde das eine sehr schöne Aktion und da kann man sich heute schon Gedanken drüber machen, wie man jemand anderem für Weihnachten eine Freude machen kann mit dem Weihnachtsbäckchen-Konvoi und ich verlinke euch das in den Show Notes. So ist das. Sehr schön. Guter Vorschlag. Kann man auf jeden Fall auch kurz vor Weihnachten oder ein paar Wochen auch nochmal teilen, weil das schadet ja nicht. Genau. Die haben halt einen relativ langen Vorlauf, weil die das halt alles sammeln müssen und dann verpacken und in Laster verfrachten und Touren planen. Von daher brauchen die ein bisschen Vorlauf und dann können wir das gerne einfach in zwei, drei Wochen hier nochmal erwähnen. Super. So. Und dann haben wir noch Empfehlungen, weil es ist ja Länderspielpause und da braucht man, wenn man nicht anderen Fußball schaut, Alternativprogramm und deswegen gibt es nach dem Jingle eine Empfehlung mindestens mal von Marvin. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Was hast du denn da auf der Liste, lieber Marvin? Dieses Jingle, wo du dann echt immer in so eine Mood kommst, wo du schon ein bisschen relaxed bist und so. Aber nicht relaxed ist die vierte Staffel von Jerks, liebe Freunde und Freundinnen. Denn es ist tatsächlich so, dass das ein Fremdscham-Motor ist. Es ist ein Sammelsurium der Peinlichkeiten. Es ist etwas, bei dem ich sofort mich anfange zu jucken aus Scham, aus dem Moment, dass ich denke, oh Gott, ist das schlimm. Es ist kein Tal zu tief, um es nicht zu bestreiten. Es ist genau das, was Jerk sein soll. Es ist wirklich Fremdscham pur. Man hat körperliche Schmerzen, wenn man sich die vierte Staffel anguckt, genauso wie es in den vorherigen ist. Es ist rundum, das sagt genau meiner Zusammenfassung, eine wunderbare Serie. Fadi Yadim und der liebe Christian Ulmen mit einer wunderbaren vierten Staffel gibt es euch. Kann ich sehr empfehlen. Aber wie gesagt, guckt es am besten so, dass ihr irgendwo in die Tischkante beißen könnt und sagt, nein, wie kann das sein? Macht das nicht? Nein, nein! Ich muss zugeben, ich habe damit noch gar nicht angefangen. Ich habe bislang nur Positives davon gehört, aber noch nicht angefangen. Es wurde auch von einer Freundin mal genötigt zur ersten und vielleicht sogar zweiten Staffel. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir geschaut haben. Es ist schon länger her. Und das war schon Fremdscham-Level sehr, sehr hoch. Also, aber es war dann doch sehr gut. Also man musste mich wirklich überreden, weil ich dachte so, nee, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Aber es war dann schon sehr gut, aber schon auch richtig, richtig Fremdscham-Level maximal Auslastung sozusagen. Das war schon sehr, sehr cringe, sage ich mal. Ja, definitiv. Okay. Vielleicht gucke ich mal kurz rein, aber irgendwie so Fremdscham, weiß nicht, ist nicht so mein. Ja, so war ich auch drauf, aber dann, also, muss ich mal davon überzeugen. Probier es mal aus. Genau. Also guckt es euch mal an, wenn es euch gefällt, ist cool, wenn nicht, alles cool. Ich meine, wie gesagt, da ist auch keine Aktien da drin, muss ich sagen, aber es ist einfach eine schöne Angelegenheit, eine schwierige Angelegenheit, aber was mir halt gut gefällt, ist, dass man halt auch bereit ist, gewisse Hürden zu nehmen, um lustig zu sein. Und ehrlich gesagt, das ist für mich ein Humor, der mit mir connectet, auch manchmal sehr niedrig ist, niedrigschwellig. Ich glaube, da fühle ich mich zu Hause. Ich bin durch Zufall letztens auf YouTube wieder über alte Ausschnitte von Jackass gestoßen. Das war auch großartig. Siehst du, da habe ich mir so den Drive nie raus, aber das können die Freunde und Freundinnen ja von uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob die große Jackass-Fans sind oder andere Serien bevorzugen, wäre doch auch mal was. Ja, also Serienempfehlung immer gerne genommen. Von daher, wenn ihr da eine tolle Serie habt, die ihr empfehlen wollt, auch hier in die Community bringen wollt, dann schreibt es uns, schreibt es in die Kommentare, schickt es per Twitter oder sonst irgendwie und dann können wir das ja mal sammeln und vielleicht in der nächsten Folge mit aufnehmen. Patricia, hast du denn noch was Empfehlungstechnisches für die Leute da draußen? Nee, habe ich nicht. Ich bin leider auch ein bisschen Empfehlungsnamen. Ich komme momentan weder zum Serien so wirklich gucken noch zum Buch lesen noch zum Twitter lesen. Von daher kann ich da jetzt leider auch nichts zu beisteuern, aber vielleicht habe ich für das nächste Mal wieder was. Dann würde ich sagen, machen wir dann auch den Sack hier zu und freuen uns nach wie vor noch über zwei Siege der Eintracht. Viele Punkte nach 21 Jahren auch mal wieder in München gewonnen. Ich glaube, das ist eine gute Stimmung, um in diese Länderspielpause zu gehen. Wir lassen den Ausblick auf die Hertha heute weg, weil das einfach noch viel zur Wange hin ist, werden uns aber nächste Woche damit beschäftigen und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Restwoche und macht's gut. Dementsprechend auch alle Fragen bei der nächsten Woche. Genau. Weil es kamen ein paar rein, die zu Hertha schon was thematisiert haben. Achso, genau. Genau, bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.